Deutsch lernen durch Hören Ich bin schwanger. Kathi ist schwanger. Sie schaut den Schwangerschaftstest in ihren Händen an. Er ist positiv. Wie aufregend! Sofort erzählt sie ihrem Mann davon. Er ist genauso aufgeregt wie Kathi. Sie wünschen sich schon lange ein Kind. Nun wird dieser Traum endlich wahr. Den beiden laufen die Tränen über das Gesicht. Kathi ruft ihre Familie an und erzählt ihnen die guten Nachrichten. Ihre Mutter muss auch weinen, als sie von der Schwangerschaft erfährt. Alle freuen sich auf das Baby. Gut gelaunt geht Kathi am nächsten Tag zur Arbeit. Sie erzählt ihrer Arbeitskollegin, dass sie schwanger ist. Das Büro ist voller Freude. Jeder wünscht Kathi alles Gute. Plötzlich kommt ihr Chef aus seinem Büro. Was ist denn hier los? fragt er mit schlechter Laune. Ich bin schwanger, sagt Kathi voller Freude. Das gefällt ihrem Chef ganz und gar nicht. Dann wirst du die nächsten Monate nicht hier sein? fragt er. Kathi antwortet. Nein, ich bin schon seit fast fünf Monaten schwanger. Ihr Chef zieht die Augenbrauen zusammen. Das Unternehmen kann sich das nicht leisten. Wir können dir kein Geld geben, wenn du nicht arbeitest. Ich muss dich feuern, sagt er streng. Feuern? wiederholt Kathi und bekommt Angst. Ihre Arbeitskollegin steht auf. Sie können Kathi nicht feuern. Sie ist schwanger und daher gilt für sie der Mutterschutz. Der schützt sie vor der Kündigung. Das ist das Gesetz. Der Chef schaut die Arbeitskollegin an. Okay, sagt er und geht wieder weg. Was für ein Idiot, sagt Kathis Arbeitskollegin. Kathi liest am Abend das Gesetz zum Mutterschutz. Dadurch ist sie vorbereitet für das nächste Gespräch mit ihrem Chef.